Mein Hobby ist altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist altfranzösisch und ich habe hier die Betriebsanleitung meines Fahrrads. Das ist ein Elektrofahrrad oder ein Pedelec in Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist die Betriebsanleitung hier. Und ich lese die vor in drei Sprachen. Und ich habe angefangen bei Bauteile, City Pedelec und die linke Seite habe ich abgearbeitet. Und ich bin jetzt auf der rechten Seite angekommen. Das ist Vorbau, Display, Lenkerangriff, Lenkermitgriff, Bremsgriff, Schaltgriff, Bremszug, Bremsleitung, Schaltzug, Lenkungslager oder Steuersatz, Frontscheinwerfer mit Reflektor vor der Radschutzblech, Felgenbremse. Federgabel, Sicherheitsbefestigung, Vorderradschutzblech, Nabenmotor, Laufradspeiche, Reflektierender Ring, Felge, Ventil und Reifen. So. Und dann gibt es noch sieben, Befestigung, Hinterradschraubachse, Stecksachse, Schnellspanner und Befestigung, Vorderradschraubachse, Steckachse, Schnellspanner. So. In den Abbildungen im Umschlag sehen Sie handelsübliche Pedelecs. Das von Ihnen erworbene Pedelec kann anders aussehen. Diese Anleitung beschreibt Pedelecs folgender Kategorie, City-Tracking und MTB. Diese Betriebsanleitung gilt nur für ein auf dem Umschlag angegebenes Pedelec, mit dem sie überreicht wurde. Ja, passt. So. Jetzt zu Englisch. Ich schließe erst Deutsch vor. Und dann auf Englisch. Und es geht, wie gesagt, um die rechte Seite. Bauteile, City-Pedelec, City-Pedelec-Parts. Vorbau ist Stern, Stern, Vorbau Stern. Display, Display. Handlebar mit Grip, Lenker mit Griff, Bremsgriff. Brake, Lever. Schaltgriff, Schifter, Bremszug, Bremsleitung, Brake-Cable, Schaltzug, Schifter-Cable, Lenkungslager oder Steuersatz, Headset. Frontlight with Reflector, Frontscheinwerfer mit Reflektor. Vorderrad-Schutzblech, Front-Matt-Guard, Felgenbremse, Rim-Break, Federgabel, Suspension-Fork, Sicherheitsbefestigung, Vorderradschutzblech, Safety-Ficture, Front-Matt-Guard, Nabenmotor, Hub-Motor, Laufradspeicher, Wheelspoke, Reflektierender Ring, Reflective Ring, Felge-Rim, Ventil-Wave, Reifen-Tires. Fasten, Rear-Wheel, Bolted Axel, Thru-Axel, Quick-Release, Befestigung, Hinterrad, Schraubachse, Steckachse, Schnellspanner. Und Befestigung, Vorderrad, Schraubachse, Steckachse, Schnellspanner heißt, Fastening Front-Wheel, Bolted Axel, Thru-Axel, Quick-Release. So, dann der Text. The enclosed images show the standard commercial Pedelec models. In den Abbildungen im Umschlag sehen Sie die handelsüblichen Pedelecs. Das von Ihnen erworbene Pedelec kann anders aussehen. The Pedelec you have purchased may look somewhat different. Diese Anleitung schreibt Pedelecs folgender Kategorien, City-Tracking und MTB. This manual describes Pedelecs in the following categories, City-Tracking and MTB. This instruction manual only applies to the Pedelec mentioned in the envelope with which it was issued. Diese Betriebsanleitung gilt nur für ein auf dem Umschlag angegebenes Pedelec, mit dem sie überreicht wurde. So, jetzt noch auf Englisch und Französisch. City-Track-Pedelec Parts Komposant du VAE Stern ist Potenz Display, Afficheur Handle Barbers Group Gideon mit Poignets Brake, Leber Manette de Sein Shifter Manette de D-Rayeur Brake Cable Cable Gain de Sein Kable de Sein Gain de Sein Shifter Cable Cable de D-Rayeur Cable de D-Rayeur Headset Roulement de Direction Jeu de Direction Jeu de Direction C'est peut-être mieux Front Light with Reflector Feu avant avec Catadioptre Feu avant avec Catadioptre Front Light with Reflector Front Mat Guard Front Mat Guard Garde bout avant Rimbrake Fein sur jante Suspension Fork Fouche Suspendue Safety Fixture Front Mat Guard Fixation de Sécurité Garde bout avant Routes Motor Roues sans motants mieux Role B jungle Willspoke Vos sollten Routes Rструмент Rensing Circles d'efficience, rhum, jante, rails, valves, tires, pneus, fixation de la roue arrière et coup d'axe, axe traversant, blocage rapide, fastening rear wheel, bolted axle through axle quick release, fastening front wheel, bolted axle through axle quick release, fixation de la roue avant, écrou d'axe, axe traversant, blocage rapide, de couverture et illustrer les modèles de VAE. Le VAE que vous avez acheté peut présenter un aspect différent. La présente notice décrit des VAE des tubes suivants. Vélo, d'huile, touche main et VTT. La présente notice d'utilisation ne vaut que pour un VAE, donc des types précisés sur la couverture et avec lequel elle a été remise. Elle a été remise. So, nach Bauteile City Pedelec geht es weiter mit Bauteile Tracking Pedelec und das war's für eine neue Folge. Tschüss. Sous-titrage ST' 501